Wenn du Bock hast, kannst du auch mal bei mir vorbeikommen. Du kannst einfach klingeln oder so. Oder wenn du irgendwas brauchst, Mehl, Zucker, Salz, Batterien, eine Mehrfachsteckdose oder sowas habe ich. Tschüss. Warte noch, ich wollte dich, also, noch eine Frage. Hatten wir irgendwie so einen Moment? Ich meine... Was?